Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ja, Herr Korte, Ihre Rede war eigentlich das Ostergedicht zu Weihnachten. Sie haben nämlich nicht erklärt, woher denn das Geld für diese fünf Steckdosen kommen soll. Sie haben auch nicht erklärt, wer den Mindestlohn, wenn Sie ihn nach oben setzen, bezahlt. Aber das Problem Ihres Beispiels war ein ganz anderes. Es ist nämlich so, dass Sachaufwandsträger für diese Schule wahrscheinlich auch in Sachsen-Anhalt die Gemeinde ist. Die Gemeinde bekommt die Finanzausstattung vom Land. Jetzt gibt es in Sachsen-Anhalt Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheide. Deswegen verstehe ich jetzt nicht, warum das Ihr Argument für ein solches Instrument auf Bundesebene ist. Ich gebe Ihnen den Tipp, initiieren Sie doch einen solchen Volksentscheid in Sachsen-Anhalt, und dann wird es vielleicht mit diesen fünf Steckdosen auch was. Meine Damen und Herren, es ist schon richtig, berechtigterweise müssen wir uns in diesem Haus die Frage stellen, wie wir bei den Bürgerinnen und Bürgern das Interesse für Politik. Wie steigern wir die Wahlbeteiligung? Das ist richtig, Herr Castellucci. Und wir müssen uns auch die Frage stellen, wie vermeiden wir bei diesen Menschen in dem Land, dass sie das Gefühl haben, die da oben entscheiden sowieso über unsere Köpfe hinweg. Wie gelingt es uns, dass sich die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes in den politischen Entscheidungen wiederfinden? Die spannende Frage ist aber, ermöglicht das dieser Antrag. Und Herr Castellucci, das war ja eigentlich Ihr Ansatz, aber auch Sie sind diese Antwort schuldig geblieben. Denn Sie haben auch Bundesländer benannt, haben dort die niedrige Wahlbeteiligung beklagt. Aber das alles sind Bundesländer, wo es eben plebiszitäre Elemente gibt. Und deswegen möchte ich heute auch in der Rede genau mal auf die Zahlen rund um plebiszitäre Erfahrungen in Deutschland eingehen. Ich habe dazu als Beispiel Bayern genommen. Sie wissen, in Bayern gibt es Volksbegehren und Volksentscheide schon seit 1946. Seither 20 Volksbegehren, 19 Volksentscheide. Interessant sind die Eintragungszahlen bei Volksbegehren. Die bewegen sich zwischen 2,3 und 17,2 Prozent der Stimmberechtigten. Und nur acht von diesen 20 Volksbegehren wurden angenommen und das Eintragungsquorum von in Bayern 10 Prozent erreicht. Wenn man jetzt die Chronologie über die Jahre hinweg anschaut, dann muss man feststellen, dass es in den Jahren 1967 bis 1977 sieben Volksbegehren gab, 1990 bis 2006 und 2003 bis 2014, also in elf Jahren, sieben. Das heißt, auch dort stellen Sie nicht fest, dass dort jetzt eine Intensivierung, eine Steigerung der Anzahl stattfindet mit, ich sage jetzt mal, der Steigerung auch der medialen Diskussion um Politikverdrossenheit. Auch die Wahlbeteiligung, Entschuldigung, die gibt zu denken. Bei Volksentscheiden liegt sie in Bayern zwischen 23,3 Prozent und 63,2 Prozent, je nach Termin. Die Wahlbeteiligung ist nämlich dann hoch, wenn wir es verbinden mit einer Landtagswahl oder mit einer Bundestagswahl. Das heißt, diese plebiszitären Instrumente haben aus sich heraus nicht die Kraft, die Leute an die Urne zu bringen. Und meine Damen, meine Herren, es gibt jetzt zwei Erklärungen für diese Situation in Bayern, die können Sie sich aussuchen. Erklärung Nummer eins ist, Bayern ist das gelobte Land, da ist alles so gut, die Menschen haben keinen Bedarf, da etwas zu ändern. So gut wie ich sie aber kenne, wird das nicht Ihr Argument sein und dann kann es eben nur das Zweite sein. Plebiszitäre Elemente alleine genügen nicht, die Menschen an die Wahlurnen zu bringen. Ähnlich sind die Erfahrungen auf kommunaler Ebene, auch das will ich an der Stelle einflechten. Ich habe drei Jahre das Wahlamt einer mittelgroßen Stadt in Bayern geleitet, circa 130.000 Einwohner. Die Wahlbeteiligung dort regelmäßig unter 20 Prozent, das Zustimmungsquorum von 10 Prozent wurde fast regelmäßig nicht erreicht. Und das beschäftigt mich deswegen bis heute, weil es doch gerade auf kommunaler Ebene, da sind es doch die Fragen, die die Bürgerinnen und Bürger beschäftigen müssen. Da ist die unmittelbare Berührung da, weil es um die Entscheidung geht, zum Beispiel den Bau einer Straßenbahn, die Bebauung eines Parkgeländes. Und auch mit diesen Fragen sind die Menschen dort leider nicht zu motivieren gewesen. Und demgegenüber standen in der Stadt mit 130.000 Einwohnerkosten von regelmäßig 100.000 Euro pro Volksentscheid. Trotzdem glaube ich, wir müssen uns auf Bundesebene durchaus Gedanken machen. Aber ich sage Ihnen, drei Dinge dürfen uns nach meiner Einschätzung dabei nicht passieren. Zum einen brauchen wir darüber hinaus politische Stabilität. Wir müssen vermeiden, dass solche Instrumente der politischen Stimmung unterworfen werden. Stellen Sie sich zum Beispiel mal vor, wir hätten im August 2015 eine Volksabstimmung gemacht zur Frage der Schließung der Grenzen. Und stellen Sie sich dieselbe Frage vor im Januar 2016. Damit uns das nicht passiert, es ist angeklungen, brauchen wir Quoren. Wenn man dort aber Ihren Gesetzentwurf anschaut, dann besteht dort vor allem eine Gefahr, nämlich dass Minderheiten die Mehrheiten regieren. Und wenn ich Ihre sozialistische Kampfrede von vorhin noch in Erinnerung habe, Herr Korte, sind Sie mir nicht böse, aber dann bewahre uns Gott davor. Denn bei Ihnen kommt ein Volksbegehren zustande, wenn eine Million der Wahlberechtigten sich in neun Monaten einträgt. Jetzt klingt eine Million wahnsinnig viel. Wir haben in Deutschland circa 64 Millionen Stimmberechtigte. Dann sind das gerade mal 1,56 Prozent. Hätten Sie 1,56 Prozent reingeschrieben, wäre jedem beim ersten Durchlesen klar geworden, was Sie hier für ein Instrument etablieren wollen, nämlich genau ein solches, wo die Minderheit am Schluss die Mehrheit regiert. Und lassen Sie mich am Schluss noch etwas ausführen zur Frage des Wahlrechts. Sie wollen das Wahlrecht trennen von der deutschen Staatsangehörigkeit. Und ich warne deshalb davor, weil wir in Deutschland einen untrenbaren Zusammenhang haben zwischen der deutschen Staatsangehörigkeit und staatsbürgerlichen Rechten. Wir haben staatsbürgerliche Rechte wie das Wahlrecht. Und dem stehen staatsbürgerliche Pflichten entgegen. Aber Herr Ostermann hat es vorhin schon herausgearbeitet, was sollte jemand noch für ein Bestreben haben, die deutsche Staatsangehörigkeit zu erlangen, wenn Sie ihm am Schluss auf dem Silbertablett eins der wesentlichen Staatsbürgerlichen Rechte, nämlich das Wahlrecht, präsentieren. Und es ist für mich, und das sage ich auch ganz offen, nicht einzusehen, wenn Sie das ändern, warum Sie dort nicht auf das Kriterium der Gegenseitigkeit bestehen. Es müsste doch mindestens davon abhängig gemacht werden, dass dann die Damen und Herren mit ausländischer Staatsbürgerschaft bei uns wählen dürfen, wo auch unsere deutschen Mitbürger im Ausland wählen dürfen. Deswegen, meine Damen, meine Herren, darf ich genau mit diesem Eindruck schließen. Es ist ein untauglicher Vorschlag, den Sie uns präsentiert haben. Er macht nichts besser, sondern sehr, sehr vieles schlechter. Und deswegen werden wir dem nicht zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächste spricht die Kollegin Susann Rüthrichs, SPD-Fraktion.